Weil die halt One-Shot macht. Achso, okay. Versteh. Ja, das wusste ich noch nicht. Rambo! Hab ich aber gerade selber gar nicht mehr dran gedacht. Ja, guck, da muss ich mir auch richtige Sachen nennen. Ja, ist mir gerade selber aufgefallen, als ich da wieder drauf geklickt hab. Da klägt einer. Wo klägt einer? Ja, wenn du ihn von der Wand geholt hast. Du musst die mal aus dem Vollsprint und dann musst du mal versuchen, den auf die Beine zu schießen. Und dann stolpern die einfach noch ein bisschen weiter geradeaus. Das ist so witzig. Also viele da hinten im Raum genommen. Das ist ja nicht gut. Du bist aber, hier geht grad die Party ab. Du siehst mich. Ich bin der, der hier alleine steht. Der hier nicht mehr macht noch. Ja, dass mein Spiel ist. Nein, den Spooker war hier. Nein, ich hab so wütend. Oh, läuft. Weiß nicht, ob ich lieber bei einer Doublegun bleiben soll oder bei Magno. Das ist mein Fältchen-Screen-Hilfe. Ja, die laufen gerade alle zu dir. Ja, weil ich angekostet wurde. Ja, aber ich muss dich jetzt mal finden. Kann mich jemand decken? Versuch mich zu heilen! Ich will jetzt die Magnum haben, die finde ich viel cooler. Wo ist denn die Magnum? Hier liegt es doch nicht, oder? Einer auf der Seite oder sowas, oder? Hier? Ich bin? Hier, hier, hier. Oh, warte, mach. Guck mal, was ich hab? Ein Katana. Ja. Ne, was ich gerade meinte, dass einer so schnell gerannt, und sag ich mal, das ist so ein Durchgang wie hier. Mhm. Dem hab ich ins Bein geschossen, dann ist der einfach über mein Bildschiff vorbei gerannt und dann hingefallen. Das sah einfach nur so lustig aus. Hm, ey, was machst du da online? Reichelt sich aus! Ich soll mir meiner Magnum verkloppen, bevor ich den umhau. Geh mal auf Seite. Ich springe, da ist alle suizidgefährdet runter. Ich hab ne Kotze auf die Fensterbank geschmissen. Nein, nein! Danke, wie hat das Ding runtergeschossen? Weiß ich nicht, da steht immer links, wer dich gerettet hat. Äh, Coach. Warum hast du keine Schusswaffe? Wenn ich Katana hab. Hier ist noch mal so ne Kotzeflasche. Wo ich bin. Hab ich. Wenn ich irgendwo ne Schusswaffe finde, wechsle ich. Aber ich hab bis jetzt... Ja, hier liegt noch ne Kotzebombe. Brauchst du nur eine? Äh, ne, ich hab ne Rohrbombe. Boah, das kann man eigentlich wohl gut kombinieren. Ja. Der Elektro-Schocker hier. Ja. Der Elektro-Schocker. Ja, ich nehm das Medica mit. Ich hab nämlich noch Platz. Nein. Da kommen wir auch hier. Treppenhaus. Stufen. Und jetzt hab ich natürlich keine Waffe in der Anwaffe. Das einzige, was mein Charakter zu sagen hat, sind Stufen. Zack, zack. Fruit Ninja, Mann. Vorsicht. Fruit Ninja ist mit Zombie. Da, hinter dir ist ne Kotzebombe, ne? Nicht gut. Das ist echt... Das ist Zombie-Ninja. So, hab'n Geschusswaffe. Hast du nur ne Magnus oder ne Magnum? Magnum. Hey, raus auf den Sims! Hey, geh doch mal aus dem Weg, ey. Du bist im Weg. Boah, jetzt ohne Spaß. Jetzt hab' ich was gefunden, woran ich Spaß haben werde. Boah, was denn? Du siehst du gleich. Na, ich seh's schon. Hier ist ne Rohrbombe. Damit einfach mal in die Masse rennen, wa? Oh oh. Du bist hier der Frontkämpfer mit der Kettensäge. Ach, ich werde geheilt. Achtung! Da kommt einer von hinten. Einer mit Zunge! Nein! Der mit Zunge, hilf! Siehst du, wenn man sowas nicht mitkriegt, nur die dich aus dem Gefecht in den Scheiß ziehen, ne? So in die Büsche oder so, dann ist das echt übel. Nicht kalt, ne? Ich find' das geil, dass die Bots so gut helfen können. Nur kurz zur Info, die Kugeln tun weh. Weißt du, wie das aussieht, die springen einfach alle auf deine Säge. Das ist lustig. Ah, Leute, ich hab' Benzin, seh' ich jetzt erst. Hotze! Da ist sie. Boah, Leute! Seh' ich niemals so'n Dicken an. Hast du gehört, Kevin? Ja, aber so'n Bober hat dich aber, schalt' die Kettensäge in Richtung Zombies. Boah, so'n Boomer Ansägen ist nicht schön. Aua. So, jetzt hab' ich wieder ne Diegel. Hab's ja genug Spaß mit deiner Kettensäge. Ja. Noch'n Weg jetzt? Ich mach' jetzt einen, der nicht direkt hier runter geht. Ah, ne, hier ist ne Aufzug. Achso, ich komm' sofort. Kettensäge! Kettensäge. Hast du auch gehört? Warte mal, was ist denn hier drin? Ach, schade. Oh mein Gott. Guck mich mal an. Ja. Siehst du das? Ja. Hey. Ich kann ja mit dem Defibrillator so'n Uppercut geben. Pass auf. Gucka! Woll'n die nicht hier drin bleiben? Woll'n die nicht hier drin bleiben? Ein Feiglinger. So, ja. Hier. Scheiße, Mann. Was ist ein Alptraum? Hat keiner mehr Medica drauf, warum das macht das? Nein, ich will nicht mich heilen. Wir halten die Arme. Scheiße, was machen wir jetzt? Oh, ich Blutkleiner. Wir packen das schon. Wie ihr heißt das? Alice. Ich heiß' Alice. Hey, bin Rochelle, und du? War's eben echt gut, was? Boah. Hast du damage bekommen? Mach nochmal. Ja. Echt? Mh. Wie viel? Drei. Nei. Ich kann nicht killen. Warte mal. Hoppala. Ich hab mir nochmal kurz ne Pille eingeschmissen. Oh ja, hier unten liegt jetzt so ne MP. Ab. Ich seh nix. Ach, schieß n bisschen. Das Flackern, das macht dich n bisschen sichtbar. Leut. Oh leut. Ich seh auf einmal, wie du wegfliegst. Ja, das hat's eh getan. Einfach die ganze Zeit die Waffe neu aufheben, statt nachzuladen. Das funktioniert so gut. Hier durch. Was gibt's was nützliches? Weißt du, der Digger hat nicht das Beste. Ich hab ne Schrotze. Ich hab ne Schrotze. Ich nehm mal das Verbandszeug hier, okay? Ich weiß nicht, ob du das hier schon gefunden hast. Ja, ja. Hier sind Gewehre. Ich will so Rambo-Style mit zwei Schrotzen rumlaufen. Geht ab nicht. Naja. Erstmal Taschenlampe an, ey. Ja, was? Da find ich aber diesen komischen SuperTaka 2000 hier viel besser. Oh nein, nein. Wo seid ihr? Das wird ne Weile reich. Wo seid ihr? Hinter dir. Seh ich nur mit der Pumpe da rumrennen. Weil ich hab nämlich voll ab einer gewonnen zu werden. Ich guck die ganze Zeit, ob ich hier irgendwelches hinfinde. Ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Dankeschön. Nein. Nein, ich hab den wiederkundig. Erstmal nachhören. Passt auf. Ja, hier muss man reinkommen, wa? Mhm. Rein hier, los! Oh, guck mal, hier kann man Muni aufstocken und Medikits aus, aber man spricht sich erst mal heilen. Hoffentlich mach ich das richtig. Hm, das hat gut reingehauen. Ah, Pissbacke! Pissbacke. Das letzter Satz. Nummer 1, ey. Hauptsache, die kriegt erstmal einen Lacheranfall und sagt Pissbacke. Ja. Aber jetzt geht's auch direkt hier weiter, nur damit du Bescheid weißt. Okay. Oh, was hier reinhängt. Ja, ohne Scheiß, dieser Nick, ne? Der geht Balls Deep einfach da drauf. Warte, ich muss noch mehr Medikits nehmen. Genau, ich könnte mich mal hier mal heilen, wa? Ja, ich könnte mich mal hier aufnehmen. Ja. Okay, das war's. Ja. 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 Lade nach! Lade nach! Ein bisschen auf Munition achten muss man ja schon, ne? Hm? Ein bisschen auf Muni achten muss man ja schon, ne? Geht. Man hat ja immer noch seine Pistolen und es ist ja nicht so, als wären sie sinnlos. Ja. Versuch mal, zwischendurch einen vernünftigen Cut zu setzen. Ja, mach das doch immer Level für Level. Ja, okay, dann mach ich jetzt schon mal den ersten. Ja, okay.